Jo Freunde, ganz kurzes Video und zwar möchte ich euch nur mitteilen, dass heute um 20 Uhr das Video rauskommt, wie man Minecraft ohne Geld zu bezahlen kostenlos herunterladen kann. Also Minecraft auf Handy meinte ich, auf Handy ohne Geld zu bezahlen kostenlos spielen. Und das werde ich euch dann um heute um 20 Uhr zeigen und ja, das war nur so ein kurzes Video und heute wird gleich noch ein Video kommen, wo ich bei Minecraft, nein, genau da wo ich den installiere, also den, wie ich euch zeige, wie man den Mod, wie man Minecraft ohne Geld zu bezahlen herunterladen kann. Äh, ja und dann werde ich noch dort ein Mod-Menü machen, öffnen, also ja und dann werden wir noch ein bisschen spüren und dann werde ich wieder Cut machen, äh, was für Cut, äh, äh, wieder das Video beenden. Und das werde ich noch alles sehen, bei dieses Video und dann, ähm, werde ich, ähm, äh, wie heißt nochmal, ja, dann werde ich nur noch Mod-Menü-Videos machen, wie ich immer einzelne Mod-Menü mache, zeige, wie das geht und so bla bla bla. Und dann werde ich noch so live Commentaries machen und versuche irgendwie live, wie man live macht, das weiß ich noch nicht und ja, lasst ein Like da. Wenn ihr wollt, dass ich mir einen eigenen Server mache, so wie, äh, alle meine Loons oder meine, dieser eine da, also meine Loons, der hat auch einen eigenen Server gemacht, er hat es auch so schwarz gemacht, dass man nichts sieht. Mach ich jetzt auch, mach ich ein bisschen nach, ich weiß, oh mein Gott, was für, wie hässlicher YouTuber, der macht den nach, bla bla bla. Also, ich hab ihn gefragt, nicht, gefragt, egal, Leute machen es auch, ähm, ja, wollt ihr euch noch mitteilen, dass ich ein Video dann, äh, hochladen um 20 Uhr, alle, alle, lasst ein Like da, ich hab erstmal noch, erstmal ein Abonnent, Leute, weil ich hab jetzt nur angefangen, das ist ja, als Anfänger immer so. Und es werden noch, meine Videos, werden bestimmt wieder so am Anfang schlecht, aber glaubt mir, Leute, es werden noch richtig, richtig coole Videos kommen, ich lasse die noch, ich werde noch so Sachen, Experimente, alles, wir werden Fortnite zocken auf PS4, wir werden noch alles machen, aber zuerst, lasst ein Like da, ciao.